Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zum schönsten Hobby der Welt. Heute öffnen wir zusammen die letzte der drei Paidea-Kollektionen, die von Filori. Und wie immer, ich mach die Box auf und dann sehen wir uns gleich. So, die Box ist wieder offen, gönnt euch. Hier haben wir wieder in einem speziellen Artwork das Filori. Habe ich noch, hier sieht man das normale Artwork und hier ist das extra was für die Boxes. Jetzt habe ich alle komplett. Das Quacks und das Kokel. Dann wieder eine schöne Mirai-Dorn EX-XL-Karte. Und unsere vier Booster. Schaurige Herrschaft, Strahlensterne und zweimal silberne Sturmwinde. Mal sehen, was da heute drin ist. Fangen wir mal an. Weil mir fehlen noch jede Menge Karten aus Schauriger Herrschaft, Strahlensterne und silberne Sturmwinde. Wenn da ein, zwei Hits dabei sind, die ich noch gebrauchen kann, wäre das schön. Viel Spaß damit. Ich sag Feuer. Elektro. Hohralter Friedhof. Lidian. Saverio. Flauschling. Porygon. Lediba. Nebulak. Wuffels. Nebelkristall auf dem Wurzlot. Und ein Stollos. Und ab in Strahlende Sterne. Hier wäre echt noch toll. Das Mewtwo. Äh, nicht Mewtwo. Das Glurak Bista zum Beispiel. Das habe ich auch noch nicht. Die wollen ja nicht die Altart. Mir würde auch schon das Glurak Bista reichen. Bitteschön. Ich sag Feuer. Wasser. Fahlgürtel. Luxio. Capoeira. Blau Cups. Barmelin. Restadero. Guitesto. Magma. Oh, ich mag Magma total. Sieht echt schick aus, ne? Was haben wir noch was dahinter? Die Beldra. So, und ab in die zwei letzten Booster. Was habe ich noch nicht von Silber in der Sturmwinde? Zum Beispiel das Lugia wie Altart. Wäre sehr schön. Eins, zwei, drei, vier. Wasser. Zishoho. Unbekanntes Fossil. Aranestro. Humanolith. Luminip. Lampi. Castador. Pikachu. Ponita. Tentante von Wrothlord. Und Guar de War. Last Pack Magic. Haben wir da noch was drin? Wird uns die Box noch was gönnen? Ein Hit. Wenigstens ein Hit aus der Box. Viel Spaß damit. Eine Vista-Karte. Unbekanntes Fossil. Für Nontor. Frieda. Van Pi. Flamiau. Geronimatz. Fynx. Vermicula. Oh. Und. Wow. Ein Logo. Wie. Oh. Aus der Trainergalerie. Das ist ja toll. Das ist echt toll. Das sieht echt schön aus. Oh. Und noch was dahinter. Ein Regi Drago V. Ein Doppelhit. Toll. Das ist ja richtig, richtig toll. Also ich würde sagen, die Box ist echt, hat echt gegönnt. So, dann nochmal, hier haben wir sie. Ich leg das mal so hin. Also das Logo auch echt, richtig toll. Das sind meine Hits aus der Box. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ansonsten einen schönen Tag noch. Ciao.